Moin vom Weltklimagipfel in Katowice. Wir sind jetzt zwei Tage vor Ende der Konferenz. Wir hatten gerade ein Gespräch mit sogenannten Klimazeugen aus Zimbabwe, aus Brasilien, von der Insel Tuvalu. Und überall wird deutlich, die Menschen leiden jetzt unter der Klimakrise. Die Menschen wollen, dass jetzt gehandelt wird. Dafür tun die Industriestaaten, dafür tut Deutschland viel zu wenig. Es geht um globale Gerechtigkeit, es geht um den Kampf gegen Ausbeutung und es geht darum, dass wir diese Klimakrise nur bekämpfen können, wenn wir auch Verantwortung für den globalen Süden, für die Menschen Deutschland nehmen.